Rostock im Januar 2024. Auch hier ist der landesweite Bauernstreik präsent, denn die Regierung hat milliardenschwere Einsparungen für Subventionen geplant, die auf den Schultern der Landwirte getragen werden müssen. Viele Bauern sind abhängig von großen Einzelhandelsketten und müssen sich ihren Kriterien und Vorgaben anpassen. Ein gegenläufiger Trend dazu ist eine bundesweite Marktplattform mit einer direkten Vernetzung zwischen Erzeugern und Kunden. In der Friedrichstraße 23 befindet sich der Rostocker Standort der Marktschwärmer. Ein Eichelkürbis, ein Kartoffelblaue Allelise und einmal Kartoffeln ein Kilo Nikolaus. Bei der Marktschwärmerei ist es so, dass wir einen digitalen Bauernmarkt anbieten. Also unsere Kundinnen und Kunden können sich online aussuchen, was sie bestellen möchten, bezahlen alles online und holen es sich donnerstags hier in der Frieda 23 ab. Ja, ich bin Markus Neubauer, ich komme aus Guttnitz-Dammgarten, da bewirtschafte ich einen kleinen Bio-Gemüsebaubetrieb mit sechs Hektar. Ja, warum ich bei den Marktschwärmern bin, ist eigentlich, weil es für mich eine super Lösung ist, die Produkte direkt zu vermarkten, dass ich hier den Kontakt direkt mit den Kunden finde und ja, super Sache. Also ich habe Marktschwärmer entdeckt, weil ich mich schlau gemacht habe, was man machen könnte zwecks schöner Ernährung, das heißt lokale Sachen, biologische Sachen, einfach leckere Sachen, die aus der Umgebung kommen. Und da bin ich auf Marktschwärmer aufmerksam geworden und nach der ersten Bestellung wusste ich, das werde ich jetzt jede Woche machen, weil es einfach super tolle Produkte sind und super lecker, super frisch und besser geht es eigentlich nicht. Einfach was im Supermarkt so nicht zu finden ist. Selow. Etwa 30 Kilometer von Rostock entfernt befindet sich einer dieser teilnehmenden landwirtschaftlichen Betriebe. Durch die Marktschwärmer haben sie die Möglichkeit, ihre Produkte mit besseren Konditionen zu verkaufen. So können beispielsweise vitale Hennen gehalten werden, die zwar eine geringere Leistung aufweisen, aber dafür robuster sind und länger leben. Zudem kann Judith Kühl mit der Vernetzung auf ihren Eigenvertrieb im Hofladen werben. Und dann haben wir 2021 Bin im Garten gegründet. Wir stehen für ultra frisch und vielfältig regional angebautes Gemüse und produzieren jedes Jahr ungefähr 40 bis 50 verschiedene Gemüsesorten. Der Vorteil besteht darin, dass die Marktschwärmerei eben den Kontakt zu den Kunden aufbaut und wir unsere Produkte dorthin liefern und sie von der Gruppe der Marktschwärmerei Rostock vermarktet werden. Einen Nachteil sehe ich darin, dass die Gebühren relativ hoch sind, also für uns als Direktvermarkter. Wir sind ein kleiner Betrieb und streben an, eben den Endpreis, den Konsumentenpreis zu erzielen. Und die Abgaben, die durch die Marktschwärmerei erfolgen, sind für uns schon recht hoch. Die Gebühr der Online-Plattformen, den Mitarbeitern und den Zahlungsdiensten liegt bei etwa 20 Prozent. Das stellt im Vergleich eine Möglichkeit dar, hochwertige und nachhaltige Lebensmittel anzubieten, ohne sich der Preisdiktatur der Einzelhandelsriesen anpassen zu müssen und die Vertriebskosten der Landwirte zu verbessern.